Hallo und herzlich willkommen bei Angry Birds Epic. Diesmal geht es um den Schweineknirscht. Äh, klar, wir müssen jetzt unseren gelben Freund befreien. Und die Spender ist auch erlaubt. Aha, wir bekommen einen Kuschelküter. So ist es hier schon. Jetzt leiden wir einfach rechts an. Der macht einen Kuschelküter. Und dann ist es gut. Schauen wir mal, dass wir drücken. Warte. So, nochmal einen Einzimmer. Einmal Angriff. Zweites Mal Angriff. Und auf den Kuschelküter. So. Okay, wir kriegen einen großen. Ah, wir müssen die Küche. So, der baut seine Küche an. Ah, cool. Wir haben irgendwo noch einen Kuschelküter. Und er macht gleich alle auf einmal Kuschelküter. Ah gut, dieses Schweineknirscht war recht schnell zu erledigen. Ah, dieses Mal klappt es ja da. Wir bekommen die Playsteine. Danke euch für das Zuschauen. Jetzt geht es zu zweit hier weiter bei Angry Birds Epic. Und wir sehen uns morgen zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.